Hallo, hallo! Heute gibt es einen kleinen Handy-Video-Quick-Tipp, und zwar zum Thema Produktfotografie. Naja, nicht wirklich Produktfotografie, aber zumindest mal, damit man Fotos erstellen kann, um sie zum Beispiel, um Produkte oder Gegenstände, Objekte in Tauschbörsen oder Ebay usw. zu versteigern, zu verkaufen. Die meisten Handyfotos oder die meisten Produktfotos sehen so aus oder so. Das heißt, meistens irgendwo in der Wohnung abgeknipst, auf dem Boden hingelegt, meistens sieht man auch einen Wäscheständer im Hintergrund usw. Das, naja, ist nicht wirklich Sinn der Sache oder das Produkt verkauft sich dann nicht wirklich gut. Hier möchte ich dir ganz kurz zeigen, wie man mit einer Lichtquelle, ist egal ob ein Beauty-Tisch oder ein Aufsteckblitz oder sonst irgendetwas, und einem einfachen weißen Tisch hier im Hintergrund und einer Standard-Kamera mit einem Standard-Objektiv schnell und einfach und effektiv sehr schöne Fotos erstellen kann. Eines der wichtigsten Requisiten oder Zubehörteile, abgesehen vom Tisch und der Kamera und dem Licht, ist eigentlich dieses Teil hier. Der Grund ist nämlich der, wenn man hier glänzende, glatte Oberflächen hat, also so wie in diesem Fall hier einfach Feuerzeuge, die haben so ein leichter Staubkörner oben oder Fusseler oben oder was auch immer und diese muss man dann entweder retuschieren, das ist viel Arbeit, oder man verwendet eben einen Pinsel, um hier ganz schnell und einfach die meisten Staubkörner und Unreinheiten zu entfernen. Noch ein Tipp vielleicht, man kann auch standardmäßig Fensterputzmittel und eine Küchenrolle verwenden, um hier die Oberflächen oder die Gegenstände einfach ein bisschen zu reinigen. Je schöner das Produkt einfach ist, oder das Objekt einfach ist, umso besser wird es sich verkaufen. Hier mal das erste Foto. Ich stelle hier diese Box hier mit diesen Feuerzeugen, positioniere hier ziemlich mittig auf dem Tisch und nachher mal das erste Foto. Und wenn ich es mir im Detail ansehe, sehe ich hier, ich blende das Foto gleich ein, sehe ich hier sehr viele Staubkörner oben. Mit dem Pinsel, die Oberfläche etwas abpinseln. Das funktioniert übrigens nicht nur mit Produkten, sondern auch wenn man für sich selbst, zum Beispiel Modellbauer machen, das gerne seine Modellbauten abfotografieren wollen und dann als Erinnerung. Das Problem ist eigentlich immer das Gleiche. Weiters auch die Tischfläche etwas abpinseln, vielleicht auch vorher mit einer Küchenrolle putzen. Dann machen wir das Ganze noch einmal. Ja, und wir sehen ja schon, es ist 1001. Die Lichtquelle kommt hier leicht von rechts oben. Ich stelle sie noch ein bisschen näher hin. Ich kann dann auch ein bisschen variieren und vielleicht hier das, die Feuerzeuge hier nach Richtung Lichtquelle drehen. Ja, wunderbar. Ja, und so bekommt man verschiedenste Teilfotos zu seinen Objekten hin. Man kann ja auch noch mit dem Blickwinkel etwas variieren von der Kamera her. Okay, jetzt spiegelt sich zum Beispiel meine Lichtquelle darin. Jetzt habe ich verschiedenste Möglichkeiten. Jetzt kann ich entweder die Lichtquelle entfernen, das bringt mir allerdings nicht viel, oder einfach meinen Blickwinkel etwas ändern und noch ein Foto machen. Ja, sie spiegelt sich hier noch einmal etwas darin. Wir können hier zum Beispiel auch so aufstellen. Der Rest ist einfach ein bisschen probieren. Hier sehen wir zum Beispiel auch, diese Kante hier ist ausgebrochen. Sollte man den Beschreibungstext dann zum Beispiel hinzufügen, muss man aber auf dem Foto nicht wirklich sehen, zumindest nicht auf dem ersten Vorschaufoto. Ich kann hier wieder weitere Bilder machen. Hier sieht man zum Beispiel auch Fingerabdrücke dann auf den glänzenden Oberflächen oben. Diese kann man mit einer Küchenrolle oder mit einem Stoff schnell wegwischen und schon sieht das wieder besser aus. Ja, noch ein Foto. Sehr hilfreich sind auch immer Detailfotos. Hier muss man natürlich je nach Objektiv und Brennweite darauf achten, dass man nah genannt bekommt. Hier ist vielleicht auch ein Makroobjektiv sehr hilfreich. In diesem Sinne, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.